Die grösische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Stadt. Getreue, wir des Führers waren hier. Deutsche Soldaten bereit. Ich will fängern Sie, Zerfant. Freien Sie mir, Fängerei. Fängerei! Freien Sie rein, Freien Sie rein! Hören Sie mich schon schlecht? Nein, ich bin im Wehrpark Werber. Ich habe den Gefest schon nicht verlegt. Hat der Führer selbstmordbekanne. Damit alle, die ihm treu geschworen hatten. Die Karten sind in Dichterfolgeramt. Andere Karten haben reist da ein bisschen zum Bad auf Friedrichstraße eingeschrieben. Von vorn kommt der Bischof. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Was soll erschossen werden? Was? Wieso denn? Man glaubt, ich hätte meinen Gefeststand von Tietosten vom Feindweg nach Döber als im Westen verlegt. Der Geist abgebrochen. Und man könnte diesen Hof stecken. Aber willst du ihm an Herrn glauben? Wo kommt niemand her? Holzstum, heute nach Mittagszug rein! Was? Die sollen raus da aus der Schublieb jetzt! Regalführer, Herr Holzstum! Oder liegt der Tiegel gesehen von Dr. Gemmels? Kommt der Tietzun, wir sollen dann wieder rauskommen! Das ist doch wahrlich! Volltreffer! Ich weiß, Leiter, was ist passiert? Ich melde, der Führer ist tot. Ich schließe Führern auf dem Begriff. Ich schließe den Echt. Bis zum nächsten Mal.